Leonie Stickmann ist wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung angeklagt. Die 16-jährige Schülerin war mit ihrer besten Freundin Caroline Jürgensen auf einer Faschingsfeier in ihrer Schule. Die Teenager wollten auf der Party eigentlich einen lustigen Nachmittag verbringen. Doch sie hatten die Rechnung ohne Carolines jüngerer Schwester Selina gemacht. Ständig mussten die beiden Mädchen ein Auge auf die Kleine haben. Und dann posaunte die freche 10-Jährige auch noch heraus, in wen Leonie heimlich verliebt ist. Jetzt habe ich echt neue Unterwäsche für dich gekauft. Wollte sich Leonie dafür an Selina rächen und hat das kleine Mädchen deshalb unter einer Dusche festgebunden und das kalte Wasser aufgedreht? Leonie Stickmann, geboren am 16. Januar 1996 in München. Sie wohnen in München, sind ledig und Schülerinnen. Am 20. Februar 2012 schlich die Angeklagte der 10-jährigen Selina Jürgensen hinterher, als diese gegen 16 Uhr in den Keller der Therese-Ballert-Schule in München ging, um dort die Toilette aufzusuchen. In diesem Moment packte sie das arglose Mädchen von hinten, zerrte sie in eine Duschkabine, in der sie Selina mit dem Gürtel ihres Kleides an die Duschstange fesselte, das Wasser auftrete und floh. Selina wurde 30 Minuten später aufgefunden und befreit. Wie es die Angeklagte von vornherein in Kauf genommen hatte, erlitt das Kind schmerzhafte Fesselmerkmale an den Handgelenken und eine Lungenentzündung. Die Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung beschuldigt. Strafbar gemäß dem Paragrafen 223 Absatz 1. Nun gut, Leonie, möchten Sie sich zur Anklage äußern? Ja, das kann ich sehr gerne machen, aber ich kann Ihnen gleich sagen, dass ich nichts gemacht habe. Nicht ein Haar habe ich ihr gekrümmt und das hätte sie sowieso verdient. Jetzt mal abgesehen davon, das hat wohl niemand verdient, ein kleines Mädchen schon gar nicht. Warum denken Sie, dass es verdient hätte? Also dieses Mädchen Selina ist kein nettes, braves Mädchen. Sie ist wirklich eine gemeine Schlange. Gut, ich denke, wir können das Ganze auch ohne Beleidigungen hier machen, oder? Ja. Wieso sind Sie denn auf Selina so schlecht zu sprechen? Das Mädchen ist einfach total anstrengend, die kann man überhaupt nicht im Griff haben. Wäre die nicht die kleine Schwester von meiner besten Freundin, würde ich überhaupt nichts mit der machen. Ist einfach ein Baby und fühlt sich total auf die ganze Zeit. So, das Ganze war ja eine Faschingsfeier an der Schule, die ist da veranstaltet worden von der Schule. Was ist da passiert? Es war richtig peinlich, wie sie sich aufgeführt hat. Sie hat die Luftschlangen von der Decke gegrissen, dann die ganzen Luftballons kaputt gemacht, die ganzen Kostüme von den anderen Mädels kaputt gemacht, die hat sich richtig aufgeführt. Und nee, es ging einfach gar nicht klar. Es war einfach nur noch peinlich. Das war wohl nicht alles, oder? Würde ich sagen. Nein. Nicht, na? Wollen Sie nicht erzählen, was die kleine freche Selina ihrem großen heimlichen Schwarm erzählt hat? Nein, will ich nicht. Ach, wollen Sie nicht, ja? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das richtig peinlich für Sie ist, ja? Was die Selina so ihrem heimlichen Schwarm erzählt hat, ja? Richtig peinlich. Genau das ist Ihr Motiv und nichts anderes, ja? Selina, ich werde es jetzt übernehmen, wenn Sie nicht wollen, ja? Die Selina, die hat nämlich auf der Feier ihrem Schwarm vor seinen gesamten Kumpels, die dort herumstanden, erzählt, dass sie in ihn total verknallt sind, sich auch noch rosa Unterwäsche für ihn gekauft haben und sich auch noch ein Herzchen auf den Unterschenkel rasiert haben. War doch nicht gerade nett von ihr, oder? Nee, natürlich war das nicht nett, aber trotzdem war ich das nicht. Und ich habe sie auch nicht in diesen Keller gesperrt und auch nicht in die Dusche gesperrt. Wenn Sie was, Sie waren einfach wütend und blamiert, ja? Und da wollten Sie sich die Selina einfach vorknöpfen. Kann man ja nachvollziehen. Ich wage es nicht. Jetzt gibt es aber eine Zeugin, und zwar diese Cheerleader-Trainin Wiebke Fist. Die hat ausgesagt bei der Polizei, dass sie gegen 16 Uhr also, kurz nachdem Selina da ihrem Schwarm von diesen ganzen Geschichten, von ihren Gefühlen vor allem erzählt hatte, dass sie sie gesehen hat. Und zwar, wenn Sie in den Keller gegangen sind. Ich bin nicht in diesen Keller gegangen, ich wollte erst, ja. Aber genau in dem Moment, als Selina die Treppe runtergegangen ist, hat Caro, also meine beste Freundin, mich gerufen. Und das fand ich dann natürlich wichtiger, als die ganze Zeit dieser kleinen Zicke hinterher zu rennen. Also, Entschuldigung. Wo sind Sie dann hingegangen? Nach draußen. Nach draußen? Was gab es draußen zu tun? Ja, da haben wir geredet. Geredet? Über was denn? Ja, über alles Mögliche. Über das mit Vincent und so. Ja, also das klingt ja nicht gerade glaubwürdig. Ja, im Gegensatz zur Aussage der Zeugin Wiebke Fiss. Also, jetzt glauben Sie da auch noch, oder was? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese Frau Fiss eigentlich die Tat gemacht hat und mir das Ganze jetzt voll hinterher dick in die Schuhe schieben will. Wieso? Was hat die Frau Fiss denn für einen Grund, dass Selina was anzutun? Naja, da gibt es eigentlich mehrere Gründe, Herr Richter. Zum einen, weil Selina immer und überall im Weg ist. Sie ist total anstrengend, macht immer alles kaputt. Und dann ist es natürlich so, dass Frau Fiss die ganze Verantwortung hat und will, dass alles glatt läuft. Da war es natürlich praktisch, dass Selina aus dem Weg ist. Und zum anderen, weil Selina immer im Weg ist, wann Frau Fiss mit Herrn Jürgensen, also Karos Vater, flirtet. Und zwar richtig krass. Die Frau Fiss, die hat den Vater von Selina angepackert, oder wie? Oh ja. Und zwar, das war wirklich übertrieben. Das war einfach nur noch peinlich. Frau Fiss hatte eigentlich schauen müssen, dass alles glatt läuft, ein bisschen mit anpacken sollen, die Kontrolle haben. Aber die war ja nur damit beschäftigt, dem Vater von Caro schöne Augen zu machen. Und dann war sie damit beschäftigt, zu schauen, dass die Knöpfe in ihrem Hemd weit genug offen sind, anstatt sich um irgendwas anderes zu kümmern. Dann hat irgendwann die Kleine, also Selina natürlich Lunte gerochen und hing die ganze Zeit am Rockzöpfe von ihrem Vater und war dadurch im Weg. Ja, und genau das hat dieser Wiebke Fiss überhaupt nicht gepasst. Denn Selina hatte permanent gestört gehabt. Und dann ist ihr der Kragen geplatzt, ja, und dann im Keller hat sie sich die Selina geschnappt, in der Dusche gefesselt und konnte dann sich in Ruhe um den Vater von Selina kümmern. Genau. Eben, und Selina ist auch ein Glattansbraten. Selina, kommst du jetzt, du bist gleich dran. Nein, ich hab keine Lust da reinzugehen. Selina, wir sind bei Gericht, da musst du dich benehmen, Selina. Selina, was soll das jetzt? Du bist manchmal echt zum... An die Wand klatschen? Hören Sie auf, so mit meiner Kleinen zu sprechen, ja? Das geht nun wirklich zu weit. Und du hebst bitte die Bonbons auf, Selina, komm. Nö, das sind ja nicht meine. Bernd, jetzt sag doch auch mal was, du sitzt da bloß rum, du könntest auch mal helfen. Und du zieh jetzt bitte deine Krone aus, ja? Nö, wieso sollte ich? Ja, weil Fasching längst vorbei ist. Ja, und ich bin aber trotzdem eine Prinzessin. Ja, so benimmst du dich aber nicht. Selina Jürgensen, bitte. Kommst du jetzt, Selina? Nein. Sei doch bitte nicht so störisch. Nein, hab ich gesagt. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, natürlich, willkommen gleich. Kommen Sie mal rein, bitte. Selina, kommst du jetzt? Nein. Entschuldigung, ich bin die Mutter von Selina. Und das sind mir wirklich alles sehr unangenehm. Aber ich sehe im Moment keine Möglichkeit, Selina zu... Mensch, Mama, du musst dich nicht ständig in alles einmischen. Ich bin auch kein Baby mehr. Also, Selina, das ist ja nicht gerade so die feine Art, mit der eigenen Mama umzugehen, oder? Hm? Jetzt sind wir da ja. Selina macht gerade eine sehr schwierige Phase durch. Deshalb würde ich auch darum bitten, wenn das möglich ist, dass ich neben sie sitzen kann. Naja, klar, ist sicherlich möglich. Dann wird die Mutter der Zeugin als Vertrauensperson hier zugelassen. 406 Klein F, zwei OS-Depo. Herr Seelhoff, haben Sie noch einen Stuhl, bitte? Ja, ich würde ich sagen. Ich würde noch einen, ja. Ja, eine Sekunde, Frau Jürgensen. Ja, natürlich. Also, schwierige Phase machst du durch, kann ich mir vorstellen. Auch das hier, heute ist sicherlich nicht so ganz einfach, aber ich denke mal, du schaffst es doch schon, dass du dich heute ordentlich benimmst, oder? Gut. Danke, Herr Seelhoff. Ja, kein Problem. Also, jetzt hör dir mal zunächst meine Belehrung an. Du musst dir ganz zwingend die Wahrheit sagen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Also, nicht flunkern, nichts erfinden, nichts weglassen. Klar, oder? Mhm. Du heißt Selina Jürgensen, zehn Jahre alt. Du wohnst in München, du bist natürlich nicht verheiratet und gehst in die Schule, ja. Nö, ich bin Prinzessin, sieht man doch. Na, nur wenn du eine Krone aufhast, bist du noch lange keine Prinzessin. Abgesehen davon, wahrscheinlich ist es vorbei, jetzt nimmst du die Krone einfach mal ab, würde ich sagen, oder? Das finde ich aber ganz schön blöd. Jetzt pass mal auf, Selina. Ich hab dir nichts getan, ja. Ich will hier die Wahrheit rausfinden, über das, was dir passiert ist. Dafür nehmen wir uns ganz viel Zeit hier. Da erwarte ich dann aber auch, dass du dich ein bisschen kooperativ zeigst und hier nicht rumzickst. Ja? Ganz einfach. Verstanden? Ja. Es geht ja darum, wer hat dich festgebunden, wer hat das Wasser aufgedreht. Das war eine ganz, ganz miese Geschichte, ja. Und ich denke, du hast am meisten Interesse, dass wir das hier aufklären, oder? Mhm. Okay. Also, mir einfach ganz ehrlich, ganz normal, im vernünftigen, nicht patzigen Tonfall antworten. Okay, ich geh zur Schule. Verwandt, verschwägert bist du nicht? Nee. Jetzt die Freundin von meiner Schwester, warum auch immer. Das ist nämlich so gemein und doof. Ich wusste echt gerne mal, wie man so einer befreundet sein kann. Ey, Silina, ich glaub, du spinnst ganz ehrlich. Ich glaub, das passt ganz gut, dass du mal eine Dusche verpasst bekommen hast. Die können dir echt mal manieren beibringen. Zehn Jahre und so ein Mädchen. Ich mein, Entschuldigung, was ist los? Also, jetzt beruhigt euch beide mal. Ich würde jetzt das Ganze gerne aufklären. Fangen wir doch mal bei dieser Faschingsparty da an. Da sollst ja du dich auch ein bisschen daneben benommen haben. Da sollst du einige Leute erst mal auf die Palme gebracht haben. Erzähl das doch mal. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts, Silina. Du hast doch echt den ganzen Tag nur Blödsinn im Kopf. Wirklich, du stellst nur Dinge an und es macht dir sogar Spaß. Stimmt doch gar nicht. Nicht, oder? Wer ist denn die ganze Zeit den Leuten auf die Füße getreten und hat sich nicht entschuldigt? Wer hat denn mit Konfetti das Waschbecken verstopft oder die ganze Zeit das Naschzock verschwinden lassen? Ich nicht. Nee, Silina, es waren bestimmt der Nikolaus und der Osterhase zusammen. Das ist echt nur noch peinlich. Also, Leonie, bitte. Wer ist denn hier bitte peinlich, sich Herzchen in die Beine rasieren? Ey, ich find's echt traurig, dass sie hier beide rumzickt. Ist doch nicht ihr Problem. Und vor zu schreiben haben sie mir außerdem auch nichts. Oh doch, oh doch. Und jetzt sag ich dir mal was. Junge Dame, ich find dein Verhalten hier überhaupt nicht in Ordnung. So was macht kein kluges 10-jähriges Mädchen. Ich bin aber klug. Ja, dann verhalte dich bitte auch so, wenn du wirklich klug sein solltest. So. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Tattag zurück. Da sollst du ihrem Schwarm, dem Vincent, was über sie erzählt haben. Nämlich, dass sie verliebt ist in ihn. Stimmt das? Ja, die war voll sauer, als sie es mitgekriegt hat. Der hat voll die Kinnlade runtergekriegt. Das findest du jetzt auch noch witzig, oder was? Ja, ich find's auch nicht zum Grinsen, ehrlich gesagt. Hat sie was gesagt drauf? Ja, sie hat mich angefrocht. Man sollte mir mal Manieren beibringen. Aber ich bin einfach weggegangen, als ich dann später in den Keller bin. Da ist sie mir gefolgt. Das hast du gesehen, dass sie dir gefolgt ist? Nein, aber die Frau Fist, unsere Sierlieder, deren... Wieso bist du denn überhaupt auf die Toilette im Keller gegangen? Oben waren doch auch Toiletten, oder? Ja, schon, aber oben war alles so schmutzig und eklig. Also bin ich in den Keller gegangen. Aber kurz davor hat mich plötzlich jemand von hinten gepackt. Und ich hab mich voll erschrocken. Hast du gesehen, wer dich gepackt hat? Nein, aber es war bestimmt Leonie. Die hatte nämlich auch diese Maske von Leonie und Leonies Umhang. Also, da muss ich jetzt mal was einwenden. Diese Maske und den Umhang, das hätte auch jeder andere nehmen können. Die waren nämlich nach der Aufführung wieder in den Keller gebracht, neben den Duschraum. Das heißt, jeder andere zum Beispiel auch Frau Fist oder so, hätte den auch nehmen können. Also diese Verkleidung haben die Cheerleader getragen an dem Tag. Wir haben ja eins von den Kleidern hier. Vom Gesicht kann man da eigentlich aufgrund der Maske wirklich kaum was erkennen. Hat er was gesagt, der Täter? Ja, so mein Kindchen, jetzt gib's mal für eine Stunde Ruhe. So eine Abkühlung wird dir gut tun. Ja, das hat sie gesagt. Und das war Leonies Stimme. Ey, du spinnst doch. Ich war das nicht. Konntest du die Stimme wirklich sicher erkennen? Bei der Polizei hast du ja noch ausgesagt, dass der Täter so eine Art Mickey-Maus-Stimme hat. Deswegen geht die Staatsanwaltschaft auch davon aus, dass der Täter aus einem dieser Luftballone, wo Helium drin war, erst mal was eingeatmet hat. Ja, schon, aber es hat sich trotzdem wie die Stimme von Leonie angehört. Das glaube ich nicht. Herr Vorsitzender, darf ich vielleicht ganz kurz mal etwas demonstrieren. Was denn? Und zwar haben Sie ja schon richtig gesagt, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass meine Mandantin, oder viel besser die wahre Täterin, Herr Staatsanwalt, bevor sie die kleine Selina festgebunden hat, in der Dusche in den Nebenraum gegangen ist, wo die Heliumflaschen sind, wo auch die Heliumluftballons sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Selina meine Mandantin gar nicht hätte erkennen können, wenn sie Helium eingeatmet hätte, weil sie dann eine ganz andere Stimme gehabt hätte. Und das würde ich mal bitte demonstrieren. Ich habe mal hier so einen Luftballon mit Helium mitgebracht. Herr Staatsanwalt, ich würde jetzt mal einen tiefen Schluck hier. Oh, Herr Staatsanwalt, mit dieser Stimme würden Sie sich doch glatt in mich verlieben. Auch mal einen Schluck. Das ist unglaublich. Ich war das nicht. Wie wirst du denn bitte so meine Stimme erkennen? Ich habe sie aber erkannt. Also, lassen wir das doch mal so stehen. Kannst du erzählen, was dann passiert ist? Ja, dann hat sie mich festgenommen, also an den Handgelenken festgemacht und an der Duschstange festgemacht. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht war, Sina. Klar warst du es. Womit bist du denn festgebunden worden? Ja, mit dem Seidengürtel von meinem tollen Kostüm. Sie hat mich an den Handgelenken ganz fest an der Duschstange festgemacht. Ich konnte mich gar nicht wehren. Mein Tritt ist hier auch rausgewichen. Und dann? Ja, dann hat sie das eiskalte Wasser aufgedreht und ist gegangen. Da unten war es so unheimlich. Und alles so dunkel. Hast du dann versucht, Hilfe zu rufen? Nein, sie meinte, ich soll ja meine Klappe halten. Da oben würde mich eh niemand hören. Und sollte ich rufen, würde sie mich den ganzen Abend da unten lassen. Das wollte ich natürlich nicht. Also war ich lieber leise. Aber ich habe versucht, mich zu befreien. Und irgendwann bin ich dann so weit gekommen, dass ich mit meinem Mund das kalte Wasser abschalten konnte. Aber meine Uhr ist wegen dem Wasser trotzdem kaputt gegangen. War die Uhr hier? Mhm. So. Laut medizinischem Gutachten sind da Fesselmale an beiden Handgelenken sowie eine starke Unterkühlung bei dir festgestellt worden. Das Ganze hat sich dann leider sogar zu einer Lungenentzündung entwickelt. Und hier steht, dass du dann längere Zeit zwölf Tage im Krankenhaus warst. Ja. Selina war wirklich sehr krank. Wir waren alle sehr besorgt um ihre Gesundheit. Das hat Selina nun wirklich nicht verdient. Ich weiß gar nicht, wie Leonie dazu kommt, ihr so etwas anzutun. Das ist ja wirklich alles andere als ein Teenager-Streich, nicht wahr? Mann, ich habe Selina wirklich kein Haar gekrümmt. Ich war das nicht. Das hat auch jeder andere sein können, der mit Selina irgendwie, ja, als Feind sozusagen war. Beispiel zum Beispiel Frau Wiebke Fist, die die ganze Zeit mit ihrem Vater geflirtet hat. Und da war Selina natürlich im Weg. Was? Das ist doch vollkommener Quatsch, Leonie, was du da redest. Genau, du warst das. Die Fist hat mich auch befreit. Und sie hat sich gar nicht an Papa rangemacht. Nee, gar nicht. Und warum hast du ihn denn die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen, Mann, Selina? Echt? Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Ich gehe nach Hause. Nee, 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 Selina, du setzt dich jetzt hin und zwar mal ganz schleunigst hier, ja? Selina, meine Süße, komm, setz dich wieder hin. Ich weiß, du fühlst dich provoziert und gemein behandelt. Aber setz dich wieder hin und mach, was der Richter sagt. Komm. Jetzt dreh dich um und setz dich hin. Selina, bitte. Ich kaufe dir auch die rosa Schuhe und die DVD von deiner Lieblingsserie, ja? Na gut, aber kommst du gleich nachher. Na ja, ob das die richtige Art ist, bei ihrer Tochter was zu erreichen? Ich weiß, dass das nicht die optimale Erziehungsmethode ist. Aber Selina ist momentan in einer sehr schwierigen Phase und ich sehe momentan keine andere Möglichkeit, sie zu irgendetwas zu bewegen. Die merkt doch genau, dass sie was bei ihnen erreicht auf dem Weg. Ja, aber natürlich ist es gerade eine schwierige Situation mit Selina. Sie ist ja normalerweise nicht so. Ja, und deswegen lügt sie auch wie gedruckt. Das stimmt ja gar nicht. Selina würde nie jemanden falsch beschuldigen. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, wie sie da eigentlich drauf ist. Beleidigungen liegen doch bei dir an der Tagesordnung. Sie flippt die ganze Zeit aus und Beschuldigung genauso. Ach was. Ich kenne mein Kind, ja? Selina würde nie jemanden falsch beschuldigen. Und sie kennt ihre Grenzen im Gegensatz zu dir. Ja, da muss ich also der Frau Jürgensen schon recht geben, ja? Ich meine, bei dieser Duschaktion, Freundin Angeklagte, da hätte ja viel mehr passieren können, ja? Und es ist eigentlich nur ein Glück, dass sie so schnell wieder aus dem Krankenhaus gekommen ist und gesund geworden ist. Also Sie sind schon diejenige, die sie nicht im Griff hat. Das ist echt unfair. Ich war das nicht. Und das kann Caro genauso bestätigen. Ja, und deshalb will ich auch mal sagen, ja, deshalb habe ich dich auch angezeigt. Und ich möchte auch, dass Caroline, das ist meine älteste Tochter, ja, Caroline kein Kontakt mehr zu dir hat. Deswegen. Das können Sie doch nicht machen. Wir sind beste Freundinnen. Und Caro weiß ganz genau, dass wir draußen waren. Wir waren das nicht. Wir waren in dem Moment draußen. Und Sie können uns auch nicht verbieten, dass wir weiter befreundet bleiben. Caro ist meine beste Freundin. Das werden wir ja sehen. Wenn Caroline erst mal erfährt, was du hier getan hast und was du mit ihrer kleinen Schwester gemacht hast, dann wird sie die Freundschaft zu dir schon von ganz alleine kündigen. Man, Caroline und ich waren draußen schon. Ja, ja, draußen, um über Vincent zu reden wahrscheinlich. Meinen Sie, das glaubt Ihnen hier jemand? Es war aber so. Nein, ja, und so mussten Sie zum Reden nach draußen gehen? Ja, weil wir sicher gehen wollten. Ich meine, vorher ist das ja schon rausgekommen. Das war echt peinlich. Und diesmal wollten wir einfach sicher gehen, dass keiner mitkriegt. Also ich bin absolut überzeugt, dass die Angeklagte und ihre Pusenfreundin lügen. Ja, von der Geschichte, dass Sie nämlich draußen waren, da haben Sie bei der Polizei überhaupt nichts erzählt. Ja, da waren wir halt ein bisschen durcheinander. Ja, durcheinander, genau. Konnten wir uns nicht mehr so gut dran erinnern. Und dass meine Mandantin einfach nur später eingefallen ist. Sie sollten mal viel lieber fragen, was Selina im Keller zu suchen hatte. Und ich glaube nicht, Selina, bei aller Liebe, dass du wegen der dreckigen Toiletten im Erdgeschoss in den Keller gegangen bist. Ja, genau. Selina ist doch da nur runtergegangen, weil sie schauen wollte, wo ihr Vater und Frau Fist sich rumtreiben. Also, stimmt das? Das stimmt nicht. Und jetzt hören Sie auf mit solchen nervigen Fragen. Was habe ich denn jetzt wieder Falsches gesagt, dass du aufs der Haut fährst, ne? Ich glaube, das ist normal bei Selina. Habe ich den Eindruck. Ja, dieses Mädchen gehört echt in ein Erziehungsheim. Ah, jetzt reißen Sie sich aber auch mal zusammen. Und du sollst es lieber selbst ins Heim. Ganz langsam. Eine Frage habe ich noch. Ich zeige dir mal was. Kannst du ja gerade nach vorne kommen, wenn du meinst. Schau mal. Ich zeige mich. Das ist ja hier bei euch in der Schule die Aula. Das ist die Treppe da. Und da ist der Raum, wo du angebunden warst. Richtig? Mhm. Jetzt bist du die Treppe runter und bist dahinter, weil du auf die Toilette wolltest, oder? Mhm. Wieso bist du nicht da vorne auf die Toilette? Das sind ja auch Toiletten, oder? Ich weiß es doch jetzt nicht mehr. Jedenfalls kurz bevor ich auf die Toiletten gehen konnte, habe ich Leonie gepackt und in den Duschraum gezerrt. Gut, dann setze ich wieder. Komisch ist allerdings schon, weil das ist ja eine Toilette, die eigentlich nur für Lehrer und Trainer ist. Und die Schülertoiletten sind ja die Vorderen. Naja. Gibt es noch weitere Fragen? Danke. Dann bleibst du unvereidigt. Dankeschön. Ja, da dürfen Sie gern wieder mit ihr rausgehen oder auch sich da hinten hinsetzen, wie Sie wollen. Wippke Fist, bitte. Danke, Herr Sehner. Ja. Sie sollen ja als Zeugin aussagen. Als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Wippke Fist, 24 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig von Beruf? Ich bin Trainerin. Ich trainiere die Kinder beim Kindertouren und betreue die Schielieder. Verwandt oder verschwägt mit der Leonie sind Sie nicht? Nee, das nicht. Sie ist auch nur bei den Schielidern. Es ist wirklich verdammt schlimm, was sie da mit der armen Selina abgezogen hat. Ja, Sie wissen ja, was da angeklagt vorgeworfen wird. Sie soll ja die Selina da unter einer Dusche mit kaltem Wasser festgebunden haben. Mich würde interessieren, auf dem ganzen Faschingsfest, was haben Sie von allen mitbekommen? Ja, nicht viel. Also hätte ich gesehen, dass es Leonie war, die Selina da in den Keller gefolgt ist, ja, da wäre ich auf jeden Fall hinterhergegangen. Ja, vielleicht hätte ich da eine schlimme Lungenentzündung, wenn wir uns verhindern können. Das heißt, Sie haben die Angeklagte also gesehen? Ja, selbstverständlich. Sie ist gegen 16 Uhr in den Keller runter. Ja, und für mich hat es auf jeden Fall so ausgesehen, als ob sie jemanden hinterher schleicht. Also schauen Sie mal, das ist Selinas Uhr. Die ist um 16.02 Uhr stehen geblieben. Der Sachverständige, der sich die Uhr angesehen hat, hat gesagt, die muss spätestens zwei, drei Minuten, nachdem sie mit Wasser in Berührung kam, stehen geblieben sein. Das hieß also, um 16.00 Uhr ungefähr muss sie da unter das Wasser gestellt worden sein. Frau Fist, wenn Sie tatsächlich der Meinung waren, dass Leonie irgendjemand nachspioniert oder nachläuft, wie sonst nicht umgedreht und mal nachgeguckt? Ja, ich mache mir deswegen auch totale Vorwürfe. Aber es war so viel los, ich war so im Stress. Ja, und dann habe ich das ganz ehrlich einfach vergessen. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich hätte da hinterher gehen müssen und hätte gucken müssen. Allein schon aus dem Grund, weil ich ja mitbekommen habe, dass sie stinksauer auf Selina war. Was haben Sie da genau mitbekommen, dass sie sauer war? Was da genau zwischen meinen Mädchen vorgefallen ist, das habe ich erst viel später erfahren. Aber es war nicht zu übersehen, dass sie stinksauer auf Selina war. Sie hat sie kleines Missstück genannt und gemeint, dass man ihr mal ein bisschen Manieren beibringen müsse. Ich war so, ja, aber ich bin ihr nicht in den Keller gefolgt. Tja, warum? Weil meine Mandantin draußen war. Und ausgerechnet die Schwester des Opfers kann es auch noch bezeugen. Ja, das kann man doch glauben, wenn sogar Caroline es sagt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Caroline und die beiden halt einfach zusammenhalten. Ich meine, die sind richtig gut befreundet. Und Selina ist nun mal im Moment eher etwas schwieriger. Und Sie, Frau Fist? Waren Sie auch genervt? Was heißt genervt? Ach, also ich weiß zumindest, dass Sie die Verantwortung an diesem Tag für diese Party hatten. Denn diese Party wurde arrangiert von Ihrer Che-Liedergruppe, die Sie leiten. Und ich weiß auch, dass Selina Sie da tierisch gestört haben muss. Ach, also es hielt sich in Grenzen. Ganz genau, in Grenzen nennen Sie das. Also ich sehe das mal ganz anders. Ich weiß zum Beispiel, dass Selina an der Musikanlage rumgespielt hatte. Und Sie brauchten fast eine Stunde, um die ganzen Regler von der Musikanlage wieder in die richtige Position zu rücken. Sie mussten mit einer Stunde Verspätung anfangen. Nein. Und dann habe ich auch noch erfahren, dass die CDs, wo Ihre Musik drauf war, die waren auch verschwunden. Und die Kostüme waren auch verschwunden. Ja, also es heißt ja noch lange nicht, dass das alles Selina war. Und dann frage ich mich aber eins, Frau Fist. Sie haben öffentlich, bevor die Veranstaltung begonnen hat, haben Sie öffentlich den Eltern gesagt, dass sie mit einer Stunde Verspätung anfangen müssen, weil sie ein Kind gestört hat. Und während Sie das gesagt haben, haben Sie direkt Selina angeguckt. Ja, aber das war doch keine böse Absicht, dass ich da aus Versehen auf Selina geguckt habe. Und es war wahrscheinlich auch nur Zufall, dass meine Mandantin gesehen hat, wie Sie schlecht über Selina gesprochen haben. Ja, Leonie lügt eben. Selina ist im Moment ein bisschen schwiegiger. Ja, ja, da kann es schon mal passieren, dass man ihr was sagt und sie streckt einem die Zunge raus. Und an der Mutter hat sie sogar gegen ein Schienenbein getreten. Selina, sowas machst du? Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich dieses arme kleine Mädchen da unter eine kalte Dusche im Keller einsperre. Womit waren Sie eigentlich beschäftigt, als Sie die Leonie da runtergehen sehen haben? Ja, ich wollte Selinas Vater die neuen Outfits für die Schiele da zeigen. Ah ja, genau. Und das hat ihn sicher interessiert. Ja, natürlich hat es ihn interessiert. Ich meine, er wollte sich sponsern und das war natürlich super für mich. Ja, und als wir dann fertig waren... Fertig womit? Ja, wie fertig womit? Fertig mit dem Aussuchen. Womit sonst? Ja, auf jeden Fall war Selina dann verschwunden. Ja, wir haben sie natürlich überall gesucht. Und schließlich habe ich sie dann in eines der Kellerräume unter der Dusche gefunden. Wann waren das? Ja, das war so circa um halb fünf. Sie war völlig durchnässt und durchfroren. Ich habe sie dann erst mal in den Arm genommen, um sie zu wärmen. Ja, und dann habe ich von oben Hilfe geholt. Und Bernd hat dann schließlich den Krankenwagen gerufen, weil sie so stark am Zittern war. Als sie die Selina da gefunden und befreit haben, hat sie da mit Ihnen gesprochen? Hat sie Ihnen was erklärt? Erzählt? Ja, natürlich. Sie hat mir direkt gesagt, dass das Leonie war. Entschuldigen Sie bitte, aber die Selina kann den Täter überhaupt nicht erkannt haben. Weil der Täter eine Maske trug und wie ich schon vorher vorgeführt hatte, die Stimme ja völlig verändert war. Aber Sie, meine Liebe, Sie hatten einen Grund, die Selina wegzusperren. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil Sie die ungeteilte Aufmerksamkeit von Selinas Vater haben wollten. Also das ist völliger Quatsch und das sind hier absolute Unterstellungen. Ich wollte mit Selinas Vater nur etwas bereden. Und da hätte Selina auch ruhig beibleiben können. Da können Sie sie auch gerne nachfragen. Weiter Fragen noch an die Zeugen? Keine Werte. Dankeschön, dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereitigt. Bernd Jürgensen, bitte.